herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight tipps und tricks fort bereits 60 ist jetzt freigegeben worden und zugänglich mit dem emote schildwirbler vor dem happy oink restaurant ja das werden wir uns dann gleich mal angucken so leute wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr auf abonnieren drücken die glocke aktivieren daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen viel spaß mit dem video da ist er ja schon der schildwirbler nehmen wir mit rein dafür perfekt das ist auch auf unserer seite wir müssen nämlich hier unten nach happy hamlet das ist super kann man dann auch gleich machen perfekt das ist ja prima gelaufen so jetzt kann man gleich hier runter springen und da ist es auch schon hier da könnt ihr sehen das hier ist dieses happy oink jetzt hier hinten hin zack und da ist es auch schon so mit dem emoting so jetzt muss ich gucken z hat er dann hat er die 7 machen wir das jetzt zack und dann gehört das teil und jawohl geil ja wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was die kommentare abonniert den kanal und schadet es die sechs mal daumen nach oben da ist fortuna die sechsmal daumen nach oben da ist fortuna